ach 2 von 2 ok haben wir gewonnen wieder ein sieg so kann es bleiben so ich werde es noch ein paar rennen fahren da muss ich glaube ich mal die nächste aufnahmen pause machen mal gucken wie lange noch ich mache jetzt schon mehrere stunden verschiedene spiele und so golden gate mili was muss ich hier machen wohl einfach schnell sein wenn wir uns mal ein upgrade so und dann geht es weiter wo waren die waren wir jetzt ich weiß die stadt jetzt gerade nicht mehr und alle die diese videos sehen und so bitte gebt mir mein feedback wie es findet und was vielleicht doch besser werden sollte damit es euch noch mehr gefällt weg 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 nein ich will ja nicht runterfallen ja das war sinnlos ich wollte gerade nicht mehr lenken da waren viele Autos verwickelt geht alle weg ich will ich will da geht tausend punkte tausend punkte weg 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 wow äh ja das war schön eingepackt da ich will das ist doch nett wie hier alle auf ihre kosten kommen wow ouch da hat er den simpson weggehauen und jawohl der Kett ins Getümmel zurück fall runter fall runter runter ah schade ah schade boah dit den haben wir weggeräumt runter runter und wieder tausend punkte durch den Knockout ok 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 das macht echt Spaß ich werde das demnächst wirklich mal online spielen ja tausend weil ich wieder einen eliminiert habe ja da und runter 2000 punkte ok das wars wir haben schon wieder gewonnen ich weiß nicht ob man das zwischendurch auf eine schwerere stufe stellen kann das werde ich mal machen wenn das so weiter geht aber es kommen ja noch diese ganzen anderen klassen pro und weltklasse und all so n scheiß da gucken wir mal wie es dann wird vielleicht ist es dann gar nicht mehr so einfach so und wieder ein 8ball freigeschaltet das fahren wir gleich wieder mit einem möglichen schnellen auto was haben wir denn hier oh den neuen den will ich haben neues auto ja den nehmen wir sieht aus als wenn dieses auto sehr widerstandsfähig ist und schnell dazu auch noch mehr kann man noch gar nicht haben wollen bei so einem spiel so so haben wir einen Schluck trinken Moment und dann kann es losgehen ok und go oh start verpennt aber nur fast oh falsche taste ich wollte nicht wiederholen ich wundere mich dass ich mich hier noch nie verfahren habe und ein neuer fahrer setzt sich an die spitze bloß keine fehler machen dann läuft das schon ja schön so ja das läuft er lässt sich schön fahren das auto hä wo drücke ich ihn immer drauf mach doch mal die wiederholung ohne dass ich was drücke komisch 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 und da hat mich keiner aus dem weg geräumt ich hoffe das passiert auch nicht mehr da werden wir schneller ja werden wir schneller wir können das mit dem platz eins klappen ich habe das 8 ball ja mal in echt geguckt dieses rennen da fährt man ja wirklich so eine 8 und dann mit tausenden von Autos das finde ich mal richtig heftig da kommt man nicht so leicht durch wie hier da ist wenn man Pech hat alles vorbei durch einen remtladern aber hier geht das ja noch wir werden wir dieses rennen auch gewinnen wie es aussieht da kommt danach bestimmt wieder so eine verfolgung dieses wo ich bei rallye so abgelost habe ja und wieder ein sie schön schön ich glaube wirklich der spielmodus ist zu leicht ich will mir das die nächste rennklasse einfach mal angucken und dann mal sehen wenn das nicht besser wird dann nehme ich einfach mal was anderes wenn man das zwischendurch jetzt umstellen kann welches rennspiel wollt ihr von mir noch so sehen würde mich mal interessieren ja dann können wir jetzt weitermachen schnappen wir in San Francisco das letzte rennen was hier noch so da ist haben wir da zwei Läufe und dann